Für einen Dickschädel wie Sie ist es wahrscheinlich schwer zu verstehen. Töten kann jeder Primitivling. Ich will, dass Sie Ihr Ego in dieser Angelegenheit abschalten. Sie wollen also, dass ich halb Mönch, halb Killer bin. Ich wusste, dass Ihre Beförderung zu früh kam. So viel ich weiß, haben Doppel-Null-Agenten eine sehr niedrige Lebenserwartung. Untertitelung des ZDF für funk, 2017